Im Leben geht es um ein Gleichgewicht. Ausgeben und Nehmen. Und Wälder geben uns so viel. Sie versorgen uns mit sauberem Wasser und mit frischer Luft. Sie binden Kohlenstoff und helfen uns damit, den Klimawandel abzumildern. Sie geben uns Nahrung, Medikamente und bessern unser seelisches und körperliches Wohlbefinden auf. Aber unsere Wälder sind verwundbar. Brände, Schädlinge, Dürren und andere Bedrohungen. Wir müssen uns besser um sie kümmern. Wir müssen geben, nicht nur nehmen. Denn wir brauchen gesunde Wälder für gesunde Menschen. Schädlinge, Dürren und andere Bedrohungen.